Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sly Raccoon, aka Sly Cooper. Ich bin's wieder, Savix, und es geht weiter in die dritte Runde. Und nach einer etwas längeren Suche habe ich die letzte Flasche gefunden, die ist nämlich da oben. Und jetzt muss ich nur noch da rankommen. Verdammt. Nein. Oh, yeah. Und nun können wir auch diesen Save endlich knacken. Drücke die Kreisliste, um den Code einzugeben. Wer auch immer sich den Code ausgedacht hat, wusste, was er tat. Gib 4, 3, 6 ein. 4, 3, und die 6. Oh, yeah. Programmierer dürfen alles. ...mein gesamtem Unternehmen. Warte mal. Ja, ich kann die Daten direkt in deinen Sichtkommunikator schicken. Das zeigt dir die Position von nahen Hinweisen und zerbrechlichen Objekten. Was heißt das jetzt? Was heißt das? Dass ich da mit ihm geklemmen alles hin kann. Ach, ja gut, hier ist nichts mehr kaputt machbar. Sehen wir das einfach nächstes Mal. Jetzt holen wir uns endlich diesen Schlüssel. Aber ohne ins Wasser zu fallen, sag ich mal. So. Das ist beginn. Braw one, braw woman. Die Meister, 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 Ab dem Schlüssel gleich und dann alle drei zum Sammeln. Wieder zurück zum Streifzug durchs Gelände. Und holen uns erstmal ein Leben. Gut. Irgendwie muss man doch so dieses Leben da hinten hinkommen. Ist doch nicht wahr. Äh, vielleicht. So. Ha. Aha. Meister, die. Und. Akrobat. Sly Cooper hat wieder ein Leben gemeistert. Oh. Da oben ist noch eins. Da ist noch irgendwas. So, wo komme ich denn da hoch? Wo komme ich denn da hoch? Wo ist zum Höllenfeuer? Was ist hier? Hallo. Hey Sly, mit dem rechten Analogstick kannst du die Kamera einstellen und drücke ihn, um die Kamera hinter dich zu stellen. Okay. Das hatte ich jetzt auch schon gelernt. Die KFM kam etwas so spät. Oh yes. Oh yes. Die KFM kam etwas so spät. Okay. Oh yes. Die KFM kam etwas so spät. exzellente Tarnung. Wo ist denn hier? Kann ich eigentlich direkt nach unten, wenn ich irgendwas machen. Jo. So. Jetzt könnte man tatsächlich, glaube ich, schon zum Boss. Sly, siehst du das Maschinenrad? Wenn mich mein Wissen über Mechanik nicht drückt, verursacht der Einsatz einer signifikanten rotierenden Drehkraft maximale Geschwindigkeit und so ein positives Ergebnis. Du meinst, es passiert was Gutes, wenn ich das Rad nur schnell genug drehe? Hatte ich das nicht gesagt? Äh, okay. Oh, das war unglaublich positiv. Jetzt, jetzt bin ich voller Freude. Doch, ich bin doch voller Freude. Jetzt weiß ich, wie das Hellenfeuer kommt. Hallo, Hellenfeuer! Na? Na, 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 na? Na, na? Na, na? Okay. Bin drin. Die Temperatur hier drin ist viel höher als normal. Das muss das Kraftwerk der Sturmmaschine sein. Cool. Und wieder 30. Und da ist eine große Versorgung. Hallo. Ist also ganz am Anfang. Ne. Oh Gott. Na, der spuckt Feuer. Der spuckt Feuer. Der spuckt Feuer. Der spuckt Feuer. Feuerspucker. Der spuckt Feuer. Ist der Hammer. Oh Gott, ich dachte, der trifft mich jetzt. Irgendwann treffen du mich dann. Irgendwann. Oh. Ah, das habe ich gesehen. Zum Glück. Ich auch. Und zu. Und drüber. Und drüber. Da ist noch einer. Und zwei Sprecher. Zwei Sprecher. Hallo. Hallo. Dein Element war's im Feuer. Oh, Steine. Die kann ich doch mal machen. Oh, was ist das? Oh, schraken. Geld. Überall Geld. Geld, 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 Geld. Ah. Und da ist der Langsamer. Oh, wir vergaßen. Die und ich komme so mit drüber. Cool. Ist da? Hammer! Oh Gott. Das war der daneben geschlafen. Hallo. Echt immer knapper. Mein Scheiß. Ist da was? Aber ganz oben ist das. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Deswegen gehe ich hier lang. Okay. Kleiner Kletter. Kletter. Das war's. Das war's. Ist hier was? Ist hier was? Alles klar. Weiter geht's. Weiter geht's. Und rüber. Oh, rüber. Zack. Ich will den. Ich will den an. Oh Gott. Alles klar. Muss mir nochmal den Weg gehen. Das läuft doch jetzt gerade einfach ganz gut. Wie ich behaupte. Jedenfalls sieht es das so aus. Und wir können jetzt nochmal den Punkt einsammeln. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ist da so viel Feuer. Feuer. Feuer aus. Hammertyp. So Hammer war er jetzt auch wieder nicht. Der wird's hier nicht besser. Das ist das. Das ist das. Seh selbst ich. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ganz vorsichtig. 16 Stück. So, 2 zurück. Dann haben wir schon. 22, cool. Cool. Alarm? Ah, oh Gott. Ja gut. Und laufen, 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 laufen. Und nicht mehr laufen. Und laufen, 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 laufen. Und nicht mehr laufen. Und laufen, 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 laufen. Cool. Und wir haben die Tür geöffnet. Und können hier lang. Und bloß nicht droht werden. Alles klar. Zack. Okay. Und zack. Sieht doch gut aus. Und ist da noch was? Ist da alles gar nichts. Ich glaube wir haben alles. Und 26 sind es. Super mega fantastisch. Verdammt. Zwei. Dann müssen die zwei ja schon zusammen sein. Zwei müssen zusammen sein. Eindeutig. Ja. Der Einderti nochmal zurück da abends. Irgendwas zu machen. Irgendwas. Ah, da wir eh nochmal. Ganz zurück müssen. Werde ich. So oder so ganz zurück gehen. Müssen. Macht's gut. So. Hallo. Flaschen. Irgendwo Flaschen. Irgendwo zwei Flaschen. Nein. Das ist keine Flasche. Die müssen wieder in irgendeiner kleinen Ecke sein. Warum? 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 Ich dachte, ich hätte mal alles auch anliegen. Da ist nichts. Hier ist voll nichts. Hier ist voll nichts. Hier ist... Hier ist... Hier wird anfangen... Feuer... Nicht das, was ich will. Bestimmt hat irgendjemand das schon gesehen. Nein. Wie geht denn in die Kommentare? Es ist wohl auch da, Mann. Bist du blöd? Bist du blöd, Mann? Nein. Nein. Oh Gott. Hier ist auch... Da wird hier die... ...wann mal rumbleiben. Oh nein. Oh nein. Ist ja nicht wahr. Oh nein. Hey. Hey. Hier ist das nicht. Wie kann das denn nur sein? So ein Windvogel bin ich denn jetzt auch nicht. Eigentlich. Bei der Regel. Aber irgendwas übersieht man dann ja immer. Ja. Gerade wenn man irgendwie alles haben möchte. Wahrscheinlich sowas total offensichtliches. Wow. 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 Ich sag so krank. Ja krank, ich habe ein offensichtliches. Gott offensichtlich gefunden. Warte, warte, warte. Na gut. Ich beschwer mich nicht. Ich habe wenigste jetzt gefunden. Und nicht nochmal ziemlich zu flüßen. Okay. Ja. Weiß ich. Ich bin unschlagbar Kein Code kann vor mir bestehen Es muss 5, 7, 9 sein Ich mach dort die ganze Arbeit Du sagst mir nur die Zahlen Immer langsam Unmöglich Noch eine Seite des Buchs des Meisterdiebs Diesmal mit Dev Cooperindas Zeitlupe sprüngen Er konnte damit nahe zu allen Bedrohungen Aus der Luft entwischen Drücke in der Luft die Dreiecktaste Um die Zeit zu verlangsamen Cool Langsam Nicht so ein cooler Name Aber aufgeregt es wahrscheinlich auch Wir gucken Äh Ich weiß jetzt nicht Das ist halt eher so so eine Slow-Mo-Attacke Genau Ja gut, dann holen wir mal den Schlüssel Aber man kann sich mal deaktivieren okay anders klappt und ulo ainted gubbi du-du-du berger plaud war ho Suchmen. Genau. So, läuft doch eigentlich ganz gut. Oder? Schreibt doch bitte in die Kommentare. Wohl auch nicht. Tschüssi! Streifsug durchs Gelände. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich bin Tarex und das ist Laiwakun. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und ich bin raus. Tschüssi, Kopsi!